Willkommen zu einem neuen veganen Rezept. Wir machen heute... Vegane He... He... Zopf? He... Zopf? Wir machen heute einen veganen Hefezopf. Hefezopf? Hefezopf und vegan. Also bei uns in Österreich nennt man das Stritzel. Und den machen wir heute in der veganen Variante. Und in den veganen Rezept-Videos gibt es ja auch immer die Wahrheit-oder-Pflicht-Challenge. Das heißt, ich habe heute wieder ein paar schöne Zettelchen. Bin ich gespannt, was da so gepickt wurde von euren Kommentaren. Ja, ja, genau. Ihr habt ja Sachen vorgeschlagen. Ich bin sehr gespannt, was ich heute so für Wahrheiten erzählen muss. Und was ich heute für Pflichten erfüllen muss. Also letztes Mal war es auf jeden Fall ja schon ordentlich. Kanalübernahme, kleiner war Peter ab sofort. Liebling, du siehst heute aber bezaubernd anders aus. Boah. Also ich bin wirklich konzentriert gerade. Ich tue es einfach. Du warst schon gut vorgelegt, ja. Ja, ja, okay. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr drauf. Also ich finde das ehrlich gesagt mit den Wahrheit-oder-Pflicht, das macht richtig Spaß. Ich freue mich immer besonders auf diese Videos. Von daher würde ich sagen, lasst uns loslegen. Step 1 ist, die Milch, die Sojamilch in einem Topf leicht erwärmen. Es darf nämlich auf keinen Fall zu warm sein, weil die Hefe muss da ja gleich rein. Es muss also genau die richtige Temperatur haben, damit die Hefe geht. Aber darf die Hefe auch nicht kaputt machen. Wir müssen jetzt echt aufpassen, Peter. Du weißt, wie das ist, ne? Mit mir und Hefe. Das ist, das steht auf Kriegsfuß. Jetzt kommt der Zucker rein. Von dem machen wir 20 Gramm. Und dann kommt die Hefe dazu. Und die Hefe. Okay, jetzt müssen wir warten. Zehn Minuten. Und wenn das schäumt, weißt du, so wie beim letzten Mal, dann haben wir alles richtig gemacht. Während wir auf die Hefe warten, kann ich einen Zettel ziehen. Kannst du einen Zettel ziehen. Okay. Bist du ein bisschen nervös immer jedes Mal auch davor? Ja, ich bin auf jeden Fall immer ein bisschen nervös davor. Du weißt ja nicht, was dich da erwartet, ne? Definitiv, ja. Wahrheit, wovor fürchtest du dich? Oh, interessante Frage. Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Ich fürchte mich davor, ich fürchte mich vorm Sterben. Das, davor fürchte ich mich. Also vom Tod fürchte ich mich, würde ich sagen. Und ja, viele Leute sagen ja, hat nicht jeder Angst vorm Tod. Nein, ich kenne auch Leute, die haben keine Angst vorm Tod. Da möchte ich auch hinkommen. Hast du Angst vorm Tod, Peter? Nicht unbedingt, nein. Siehst du? Würde ich sagen... Hast du keine Angst vorm Tod? Also ich hätte, ich muss sagen, wenn du mich fragen würdest, ich habe Angst davor, krank zu werden. Dafür hätte ich eher Angst, als davor jetzt unbedingt zu sterben. Weil ich glaube, danach ist es nichts, es gibt nichts, wo es da sich zu fölschten gibt. Um uns nicht Angst, wo man Angst vorm Tod ist. Das Ungewisse halt so, oder? Das Ungewisse, ja. Oder? Was gibt es danach? Ja, das Ungewisse, ja. Was ist... Ja, dass man dann nicht mehr hier ist. Fangen wir gleich richtig deep an mit dem Video. Lass mal noch einen zweiten Zettel ziehen. Habt ihr Angst vorm Tod? Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare, mich würde es auch sehr interessieren. Beziehungsweise, wovor fürchtet ihr euch? Pflicht. Reverse Trash Talk, du vs. Peter. Ich kann das zu jeder Tageszeit. Also, Reverse Trash Talking kommt aus dem Wrestling. Im Wrestling ist es im Großen und Ganzen so, dass die Leute sich ja immer gegenseitig aufstacheln, damit sie sich im Ring nachher besiegen können. Allerdings, in diesem Fall dürfen wir uns nicht mit bösen Sachen beschimpfen. Man tut so, als würde man sich so richtig fertig machen, aber eigentlich sagt man nur nette Sachen. Du stehst hier rum mit deinem lilanen Pulli und deinem tollen Zopf, den dir Juli gemacht hat, ey. Das sieht wirklich super aus. Ich wette, ihr da vorm PC, die da die ganze Zeit, den ganzen Tag am PC sitzen und sich weiterbilden, wie man hier geil kocht, dass das wirklich echt, dass das einfach nur unterhaltsam ist. Macht richtig Spaß, hier zu arbeiten, ey. Wollte ich dir mal sagen, ey. Ich will das so nicht, ich muss ehrlich, Peter. Ja, wollen wir noch ein bisschen weiterkochen und dein Battle kommt dann später. Guck dir mal an, wie du genau aussiehst. So geil. Du siehst immer so geil aus, Peter. Was soll die Scheiße? Warum bist du überhaupt noch Single? Was soll das? Warum ist Peter noch Single? Könnt ihr mir das mal erklären? Du bist so eine geile Sau. Und warum guckt ihr eigentlich den ganzen Tag meine geilen Videos? Ihr seid so geile Säue. I love it. So irgendwie. Und jetzt abonniert den Scheißkanal. Ihr geilen B***er. Oh ne Scheiße, Scheiße darf man nicht sagen. Und jetzt abonniert diesen wunderbaren Kanal. Ja Mann, ihr seid der Hammer. Geht's dir jetzt besser? Äh, ja, das war irgendwie super weird. Das ist einfach so strange. Gleichzeitig aggressiv zu sein. Aber was Nettes zu sagen, äh, das wollen wir vielleicht mal öfter probieren. Ja. Wenn wir das öfter mal machen, so, schalt's mir in die Kommentare. Okay, dann machen wir mal weiter hier mit dem Teig. Dazu brauche ich Mehl natürlich. Geht's dir gut? Nachdem ich dich jetzt so angeschrien hab. Also ich musste schon sagen, ich hatte schon ein bisschen so, also war mir schon unangenehm so ein bisschen. So, ne? Hast du ein bisschen Angst? Ja, ja, also, ja, doch, also ist schon ein komisches Gefühl so, weil... Dabei hab ich nur nette Sachen gesagt. Ja, ja, nur nette Sachen gesagt. Aber es ist halt Körpersprache. Da sieht man immer wieder, Körpersprache symbolisiert mehr ein Gefühl oder transportiert mehr als nur die Worte halt so, ne? Ja. Offizielle Aufforderung an Simon, jetzt, wenn er das Video guckt, dass du auch hier nochmal... Simon kann es auf jeden Fall aufrufen. Simon gegen Janik will ich sehen. Simon gegen Janik, oh. Das wird lustig. Dann packen wir mal 500 Gramm Mehl da rein. Dazu kommt dann Zucker. Zucker. So, dann brauchen wir eine Vanilleschote, beziehungsweise das Mark aus der Vanilleschote. Das kommt hier auch rein. Die kommt jetzt auch noch rein. Uuuuh. Ich gebe jetzt die Flüssigkeit zu den trockenen Zutaten, ja? Also unsere Hefe. Hefe, Milch. So. Eine Prise Salz kommt noch rein. Und jetzt mixen wir es durch mit dem Handrührgerät. Mit dem Handkneter, Handmixknetergerät zur Rührteile. Wunderschön ausgedrückt, wie immer. Nach drei Minuten könnt ihr jetzt anfangen, die Margarine dazuzugeben, löffelweise. Ruhrteig ist nicht so gut, Peter. Wobei, es sind ja eigentlich keine rohen Eier drin oder so. Oh, kräftig. Das schmeckt doch... Schmeckt das? Ja, geht klar. Es ist halt so Zopf. Sehr zuckriger Zopf. Der schmeckt schon, ja. Okay, dann lasst es uns jetzt abdecken und in den Kühlschrank stellen. Das muss ungefähr eine Stunde ruhen. Den Teig habe ich jetzt so 15 Minuten geknetet. Und jetzt kann er in den Kühlschrank. Und da muss er dann eine Stunde ruhen. So packe ich es in den Kühlschrank. Dann bereite ich hier schon mal mein Backblech mit Backpapier vor. Weil jetzt kommt der Teig raus. Und den müssen wir jetzt mal ausrollen. Und hier kommt er jetzt drauf. Wir müssen ihn jetzt unterteilen in drei gleich große Teiglinge. Was für ein Teig. Der ist ja der Hammer. Schon wie von einem Bäcker, ja. Wir rollen den Teig jetzt in so Schlangen quasi. In so Würste. Hast du früher eigentlich High School Musical geguckt? Nein. Mal reingeguckt, aber nie so hingesetzt. Bei mir war das schon auch so die Zeit. Wir haben das alle natürlich geguckt. Und jetzt ist ja, gibt es ja die neue Serie. Und ich habe es eigentlich früher nie gemocht. Aber jetzt hat mir Tommy die Serie empfohlen. Oder beziehungsweise hat gesagt, er guckt sie. Jetzt habe ich gedacht, jetzt schaue ich auch mal rein. Ich finde die echt ganz gut. So ein bisschen Nostalgie. Aber Zac Efron spielt da nicht mit. Nein. Um Gottes Willen. Der wäre ein bisschen zu alt jetzt mittlerweile, oder? Naja, ich fand diesen Film einfach ganz furchtbar. Wie, welchen Film? Ja, High School Musical. Ah, du hast das aber geguckt? Ja, natürlich habe ich es geguckt, weil ich wollte ja mitreden können. Aber falls ihr die Serie, die High School Musical Serie gesehen habt, dann schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr sie findet. Und ob ihr früher High School Musical geguckt habt, ob ihr das jetzt die besser findet. Welche in die Serie nämlich besser ist, die Filme, muss ich sagen. So, jetzt magst du noch ein paar geile, so Rom, äh, Rom. Magst du noch so ein paar geile Slow-Mos machen? Okay, ich habe es jetzt hier mal schon mal auf mein Backflecht gelegt. Einfach nur, damit ich es nachher nicht irgendwie anheben muss und es mir dann so wieder, weißt du, blöd runterfällt. Deswegen denke ich mir, ich mache das jetzt hier. Und jetzt fange ich an zu flechten. Wie gesagt, das Peter. Oh, Juli, du bist gut im Flechten. Kannst du mir was helfen? Wolltest du so rumflechten? Ja, I guess. War eigentlich so, genau. Und dann doch das hier. Und das sah so komisch aus. Ja, und dann müsstest du eigentlich gehen. Ja, und dann wird es probiert. Und ich habe dasselbe Problem letztens wie ich auch gehabt, als ich eingeflocken habe. Dass ich da stand und dachte, hä, wie geht denn das jetzt? Das ist einfach weird. Danke dir, danke dir. Also, wenn ihr das Gefühl habt, es ist komisch, dann fühlt es sich jetzt nur so an. Es ist eigentlich richtig. Also, es war gerade super weird, das irgendwie zusammenzufügen. Guck mal, aber so. Das sollte eigentlich ein Tutorial sein, Juli. Also, das ist doch jetzt richtig, oder? Ja. Normalerweise würde ich das jetzt mit Ei bestreichen, aber das geht ja nicht, weil es ist ja vegan. Deswegen bestrechen wir das jetzt mit Sojamilch. Jetzt müssen wir den Zopf noch einmal gehen lassen, so 45 Minuten. Das heißt, ich decke ihn ab und stelle ihn noch mal zur Seite. Nochmal ziehen. Nochmal ziehen. Pflicht, mache 30 Hampelmänner. Ja. Ja. Ich passe auf den Ton. Jetzt du. Boah, das kann man einbauen. So, der Zopf ist jetzt 45 Minuten gegangen. Das heißt, jetzt können wir ihn in den Ofen packen. Für 30 Minuten bei 160 Grad. So. Ah. Alter Schwede. Geil. Boah, ist der schön geworden, Peter. Und der riecht so gut. Der duftet. Riecht mir an. Also, auf jeden Fall optimaler Beräunungsgrad. Das sieht so geil aus, oh mein Gott. Oh, guck dir das an. Schon ziemlich saftig. Geil. Oh, lecker. Ich weiß nicht, wie gut das schmeckt, Peter. Schön süß. Also, so ein bisschen süß, ne? Eigentlich bin ich ja nicht so der Fan von Brot und süß. Hier bitte für dich. Geil. Geil. Auch Kraut mit der Margarine noch dazu. Oh, super lecker. Wahnsinn. Ihr könnt übrigens auch hier noch ein paar leckere Videos gucken. Und hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns nächste Woche Freitag um 13 Uhr mit einem neuen Video. Pussi, baba.